Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Drum gibt es diese Leichtigkeit. Das Men strach das Leicht von Kiefer. Without the help of architects or engineers, Kiefer and his assistants... ...he've turned this 200-acre site into one of the most dazzling, jaw-dropping works of art in the world. Die ganze Gesellschaft hat damals geschwiegen, sind alle am Verstehen des Unfallens. Unvorstellbar gescheitert. Also ich habe jedem eigentlich einen Spiegel vor das Gesicht gehalten. Der größte Mythos ist der Mensch selbst.